Jo meine Freunde, was geht ab und ja das ist nur ein ganz kleines Infovideo auch für YouTube, die Leute die halt jetzt im Moment nicht so auf Instagram bei mir auf dem Instagram Kanal aktiv sind. Es kann im Moment leider keine YouTube Livestreams oder YouTube Videos mehr kommen. Ja, mein PC wurde abgebaut, weswegen alles guckt auf Instagram, heißt ich genauso wie auf YouTube, Marcel und es ist gelungen, hier auch nochmal eingeblendet und ja, mein PC ist komplett abgebaut, ist frecke, weswegen wie gesagt, erfährt ihr in meiner Instagram. Und ja, deswegen kann ich keine YouTube Livestreams und Videos mehr machen, aber ich könnte doch, ich könnte zwar ein YouTube Livestream machen, habe auch eben ein Zwischen Livestream auf meine Playstation gemacht, aber ja, so auf dem PC geht mir erstmal nicht mehr und Videos kann ich jetzt erstmal nicht mehr machen, weil auf dem Handy, also dieses Video schneide ich jetzt kurz noch mit dem Handy, aber so längere Videos so mit dem Handy zu schneiden ist ein bisschen kacke und ja, sonst habe ich das immer mit dem PC oder dem Laptop geschnitten, genau, mein Laptop ist das auch erstmal weg, deswegen mit dem Laptop kann ich jetzt auch nichts mehr machen. Ja, deswegen können jetzt keine Videos mehr kommen, aber ich probiere mal hin und wieder mal auf meiner Playstation Livestream damit zu machen, sonst bin ich immer auf Twitch aktiv und mache da immer mit meiner Playstation jetzt im Moment regelmäßig immer mal Livestreams. Auf Instagram mache ich auch regelmäßig Livestreams und Storys und halt auch von Laufenden und ja, wollte auch hier nur bei YouTube ganz kurz Bescheid sagen, dass, ja, ihr einfach mal bei Instagram am besten meine Story vorbeischauen könnt, da erfällt ihr nämlich die neuesten News. Gut, ich würde sagen, mein Lieben, Freunde, bis zum nächsten YouTube Leistung oder Video hier auf meinem Kanal. Peace. Peace. Peace.